Jetzt! Da ist immer noch! Hallo! Einsteigen! Mit dabei sein! Gleich gehts weiter! Warte, ich gucke! Wir machen erstmal das kurz! Startrundpart schon wieder! Ja, das geht! Das gibt am meisten Geld! Danach machen wir! Oh, wo ist der Weg? Ich muss noch hacken! Wieder! Oh, shit, man! Was das für eine Mission war? Das sind VIP-Missionen, die wir gerade machen! Kann man einfach, einfach so in der offenen Lobby machen! Ist ja ganz cool! Und bring natürlich auch ein bisschen Kohle rein! ins Haus gehen! Ich seh's kommen! Vor sieben bin ich nicht im Bett! Ganz ehrlich! Seh ich schon kommen! Ich glaub, das schaffen wir nicht mit der Polizei danach noch! Aber wie man die bekommt! Man muss ganz einfach eine Million auf Tasche haben! Und halt auf diesen Menüpunkt gehen! Security-Serve! Und sich dann als VIP eintragen lassen! Das ganze kostet eine Mille! Und dann hat man für vier Stunden Spaß! Und man kann halt viele, viele Missionen machen und viel, viel Geld gewinnen! Und wenn man dann halt so eine Mission hat, wo du fünf Minuten oder so hast und verdienst dann über 80.000! Ja, das ist geil! Na gut, das verdienst du jetzt aber nur, weil da das Zeug ist! Das verdienst du dir selber! Ja, das stimmt auch! Aber wo ist denn der Punkt? Weil den Spender auf den VIP passt! Ist der Punkt hier in den Kampf sehen oder? Ja! Der ist ganz hinten beim Tattoo Studio! Achso! So einen Berg drum herum! Na, ihr seht ja auch, dass ich momentan auch fleißig Punkte bekomme! Ich habe keine Ahnung! Also bis sieben schaffen wir das definitiv nicht! Ich meine, wir werden die zehn Minuten hier alle drei machen! Ja, wie gesagt, mit dem Heli ein bisschen einfacher! Ein bisschen, ja! Ja! But also wenn du willst auf den Heliplatz fahr! Äh, hier einfach weiter und da bestelle ich und so einen. Oh, jetzt bin ich hier schon wieder falsch gewesen. Ich glaube, das schaffen wir diesmal nicht! Also einen kriegen wir definitiv. Ja schon. Aber wenn wir jetzt schnell sind, dann schaffen wir die anderen auch noch. Dann also Gas geben. Gras geben, äh Gas geben. Warum schickst du mich jetzt auf den Heli? Ein Heli. Knaller. Ja, ich wollte immer mal die Tür abhaben. Du kannst fliegen. Gut. Nur dann, ab geht's Peter. Jo. Äh, Walter. Walter. Okay. Ja genau. Ähm, Tutor. Für die Tage. Da ist ja ein schwuler Punkt. Ja. Also wenn wir dann in die Innenstadt müssen mit dem Punkt, dann wird's schlecht. Also hier. Hafengebiet unten, dann kriegt man's. Aber dann, wenn man gut sind, dann. Na guck. Schlafen wir schon. Schlafen wir mal. Hehehe. Zum Glück ist der ein wenig gefahren, oder? Das heißt, man macht Geld, Verluste, hat dann vier Stunden Spaß. Wenn andere denn in der Lobby sind, dann schafft man vielleicht gar nichts. Äh, genau. Ja ne, man hat keine Geldverluste, du brauchst nur ne Mille. Du bezahlst die Mille nicht, du brauchst sie einfach nur. Echt? Ich dachte, die muss man zahlen. Nein. Muss man nur besitzen, die Mille. Ah ja stimmt, eine Mille muss man ja nur besitzen. Okay, wusste ich nicht. So, ich spring raus und du landest. Nee. Klatsch. Ja, so kann man das so machen. Oh, komm, stirb. Angst. So, ich warte da mal wieder. Ich beantworte da mal wieder fleißig Nachrichten. Schau mal. Hast du es? Ja, alles gut. Das ist ein Penisleg. Guckst du dir den immer bitte an? Ja. Tschah. Halt tief man. Fürchterlich. Ich hack schnell. Hä? Wie, X, 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 X spielt Minecraft oder was? Kann ja nicht. Wo geht's denn hin? Oder zum Punkt, dass... Ja, mal gucken. Wo ist denn der Gans? Ist zu dem Punkt da? Ja, aber wo ist denn der Gans? Äh, was ist denn? Nicht so schlecht erklären. Unter der Militärbasis. Bei dem komischen Schattdruck. Okay. Ich glaube, wir machen aber nur noch kurz die VIP-Mission. Damit ist ja noch Zeit, wie ich falle. Oh, das war eng. Das Vorwerk draußen, ja. Hättest du das fast abgerissen. Ja. Aber die Fassrolle mit dem Heli war gerade geil. Naja, das hab ich schon mehrmals. Das geht gar nicht um, dass das Handy aushört. Ja. 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 So, ich hab's. Fünf Minuten, oh shit man. Knapp. Jetzt schon schief gehen. Jetzt haben wir. Ach ja, 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 gut. Schaffen wir. Direkt hier daneben. Also können wir da auch ein theoretisch zu Fuß hin gehen. Naja, gut. Ob wir das schaffen würden, das wüsste ich jetzt nicht. Ja. 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 Klatsch. Nein. Oh, scheiße. Steh auf. Haha, was ist dein Stream-Code? Guck mal im Stream. Hahaha. Schöne Heli. Schöne Heli. Boah. Boah. Ja. Dann... FC-BM. Willst du mich verkack-eiern? Haha. Danke. Wer Cola-Müll, der muss irgendwie... Alter Falter, ey. Merkt er jetzt erst, ey? Meistens gucke ich auch weg, ey, wenn das kommt, ey. Aber das sehe ich jetzt erst, ey. Uuuuh. Alter, ey. Der klappt mir ja sämtlicher Scheiß hoch, ey. Uh. Jetzt musst du das Geld leider wieder abgeben. Nein, Spaß. Wieder 200.000 oder so. Ich weiß nicht, wie viel du gekriegt hast. Keine Ahnung. So, war's das. Oh. Jo. Warte. 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 Hau rein. Schade. Hau rein. Hau rein. Hey, komm, wir tanzen. Und wir tanzen. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Mittwoch. Mittwoch. Und so weiter. Und so fort. Einen schönen Mittloch. Ja, ich weiß, was du sagen wolltest. Einen wunderschönen Mittloch wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr hattet jetzt auch ein bisschen Spaß hier bei mir. Ähm. Ja. Wann ich heute abends streame, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Ich habe nämlich Spätschicht heute und dann bin ich, glaube ich, erst so um 10, halb 11 wieder da. Kann doch später sein. Wehe, du rasierst mir den Kopf gleich. Und ja. Vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung. Ihr sagt ja auch hier schon mal tschön. Und bis später. Der recuerden. Segen iloszen Bier.